Hey Freunde! Herzlich Willkommen auf PandinoTV! In der heutigen Folge legt Kevin die Polizei lahm. Haha, viel Spaß! So Kevin, da geht's jetzt erstmal zurück in deine Zelle. Du wartest da jetzt erstmal. Der Richter hat erst in ein paar Stunden Zeit. Och Menno! Alarmstufe Rot. Ich wiederhole, Alarmstufe Rot. Dies ist keine Übung. Alle verfügbaren Einsatzkräfte sofort in den Hauptblock des Gefängnisses. Oh oh, das klingt aber ernst. Ich muss los, es kommt dann später wieder jemand zu dir. Oh nein, das klang wirklich ernst. Oh Mann, schon wieder im Gefängnis. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Diesmal war es aber wirklich nicht meine Schuld. Die haben mich einfach in der Bank vergessen. Oh Mann, ich will nicht schon wieder einen Tunnel graben müssen. Das dauert immer so lange und die geben mir keine Löffel mehr. Oh, ich will hier raus. Äh, Moment mal. Die Tür ist ja gar nicht richtig zu. Hahaha, Freiheit, ich komme. Oh, wo ist denn hier der Ausgang? Ich kenn mich überhaupt nicht aus. Das ist alles so riesig. Hey, Moment mal, da hinten. Das sieht aus wie ein Notausgangsschild. Da gehe ich am besten mal hin. So, dann nochmal hier durch und dann... Ähm, ich glaube, ich muss hier lang. Hm, ich glaube, hier bin ich richtig. Äh, oh. Oh, ich glaube, hier bin ich dann falsch gelandet. Oh, und zurück. Hä, war da was? Hä, wo denn? Ach, ich glaube, ich habe mir das nur eingebildet. Hä? Oh, ich glaube, ich verstecke mich erstmal. Hier sieht mich bestimmt niemand. Oh Mann, ich muss hier irgendwie rauskommen. Vielleicht schaffe ich es auch einfach von Zimmerpflanze zu Zimmerpflanze. Und dann direkt zum Ausgang. Ja, das klingt nach einem Plan. Okay, da neben der Kaffeemaschine ist die nächste Pflanze. Noch kurz abwarten. Und? Oh, geschafft. Und weiter. Okay, da vorne geht es raus. Es ist auch niemand zu sehen. Freie Bahn. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh nein, die Tür geht nicht auf. Zugriff verweigert. Oh nein, was ist das denn? Oh Mann, brauche ich hier etwa eine Chipkarte? Zugriff verweigert. Oh Mann, da muss ich eine andere Lösung finden. Okay, dann versuche ich jetzt mal an eine Chipkarte zu kommen. Hier muss ja irgendwann mal jemand vorbeikommen. Ah, da. Jetzt ganz vorsichtig. Ah. 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 Oh, Abbruch, Abbruch. Da kommt jemand. Hm, 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 hm. Oh, ich glaube, das klappt so nicht. Hm, vielleicht liegen ja irgendwo welche rum. Da war vorhin so ein Raum, der sah super wichtig aus. Ich glaube, da gucke ich mal. Ach, ja. Außer den kleinen Zwischenfall in den Zellenblöcken ist sonst heute alles sehr, sehr ruhig. Dann kann ich es mir bestimmt auch mal erlauben, auf Toilette zu gehen. Ich habe ein bisschen viel Kaffee getrunken heute. Hm, hier ist es. Und der Wachmann geht gerade weg. Perfekt. Na, dann schaue ich doch mal. Vielleicht hat der ja eine Chipkarte hier liegen lassen. Hm, nein, keine Chipkarte, schade. Ich hoffe, der bleibt noch ein bisschen weg. Vielleicht kann ich die Türen ja auch von hier aus aufmachen. Zugriff verweigert. Oh Mann, nicht schon wieder. Zugriff verweigert. Oh Mann, du blödes Ding. Ups, das war aber so nicht geplant. Freiheit! Juhu, Freiheit! Freiheit! Los raus hier! Wir sind frei! Alarm! Alle verfügbaren Einsatzeinheiten zu den Zellen. Alarm! Alle Zellentüren sind geöffnet. Upsi, so war das nicht geplant. Aber vielleicht ist das meine Chance, hier endlich auszubrechen. Hey Leute! Haha, da habe ich wohl aus Versehen was richtig gemacht. Alle Polizisten hier laufen zu den Zellen. Vielleicht kann ich in diesem Chaos hier endlich ausbrechen. Wenn ihr das nicht verpassen möchtet, dann guckt unbedingt die nächste Folge. Und wenn ihr die nicht verpassen möchtet, dann abonniert doch den Kanal. Klickt dafür einfach auf den runden Panda-Kopf hier oben. Und noch mehr spannende Abenteuer aus Bandico City gibt es hier rechts im Bild. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Drückt mir die Daumen, dass ich hier rauskomme. Tschüss!